So, wenn wir zwei Pätschen sind und alle anderen dürfen hier reißen, dann haben wir hier wohlfühlt. Das ist okay. Die nächste ist auch. Die Frau Acht könnt ihr auch lassen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen hier und nachher kann ich. Der Besuch selber ist aber sicher nicht mehr her. Aber auf alle Fälle. No, man sitzt ja unkrautisch. Nicht so gut. Nicht so gut.